Heute geht es endlich daran, den BFA-Motor zusammenzubauen. Und die ersten Schritte, mit denen ich heute anfangen möchte, ist einerseits die Vorbereitung des Gehäuses, das heißt die Lager einzubauen, die Wellendichtringe einzubauen und kleine Anbauteile, die an das Motorgehäuse gehören. Das zweite, nicht weniger wichtige, ist die Vorbereitung des Getriebes. Und hier werden wir die Getriebescheiben verbauen und schon einmal ausdistanzieren. Eine Sache vorweg, dieser Motor, das ist wirklich mein eigenes Motorprojekt, mit dem ich dann später fahre. Deswegen werdet ihr sehen, dass ich ein paar Teile von mir einbaue, die so nicht auf dem Merkzettel sind. Das kommt einfach daher, dass ich zwar bestimmte Sachen empfehle, aber andere schon vorhanden sind, wie zum Beispiel hier das vorgelegene, da habe ich eins von DRT, was noch sehr gut ist und sehr gut funktioniert. Das werde ich verwenden und nicht das empfohlene CRIMATZ-Getriebe. Das heißt nicht, dass ich jetzt das CRIMATZ-Getriebe nicht empfehle. Das, was ich wirklich empfehle, steht auf dem Merkzettel. Nur, da es mein eigener Motor ist, werden Dinge verbaut, die ich bereits besitze. Wo ich jetzt das Getriebe schon vor mir liegen habe, mache ich das gleich fertig. Und zwar habe ich hier schon ein Schaltkreuz verbaut. Hier ist eine verstärkte Getriebewelle, in dem Fall jetzt von CRIMATZ. Dann werde ich das jetzt mal zusammenstecken und zwar fange ich an, die Getriebezahnräder, die ich hier schon vorbereitet habe, auf diese Welle zu stecken. Das Wichtige oder worauf man immer sehr achten muss, ist, dass das Getriebe richtig ausdistanziert ist. Das ist das A und O für eine einwandfreie Funktion und das werde ich jetzt mal kurz vorführen. Von der Seite stecke ich eine Ausgleichsscheibe auf das Getriebe und als nächstes kommt der Sicherungsring. So, das von der einen Seite, weil das Schaltkreuz schon montiert war. Jetzt kann ich von der anderen Seite erst den vierten Gang aufstecken. Dann den dritten, den zweiten und den ersten. Wenn ihr euch unsicher seid, warum die einzelnen Zahnräder gehören, hier ein recht einfacher Hinweis. Ihr müsst darauf achten, dass niemals die Zahnflanken zueinander Kontakt haben, sondern ihr müsst immer zwischen den Zahnflanken durchschauen können. Sieht man das mit der Kamera? Man kann jeweils zwischen den Zahnflanken, herrscht ein leichter Spalt. So, und ich kann das ja mal vorführen, wenn ich jetzt zum Beispiel den zweiten Gang umdrehe, habe ich hier einen großen Spalt und jetzt liegen hier aber die Zahnflanken zwischen ersten und zweiten Gang aufeinander auf. Ausgerechnet dieser zweite Gang ist jetzt ein Zahnrad von Krimatz gewesen und hier sieht man, der hat sich besonders etwas einfallen lassen, damit das auch verwechslungssicher und einbausicher ist. Und zwar steht hier Wheelside. Also wenn die Hauptwelle so eingebaut ist, ist hier das Rad. Das heißt, wenn hier Wheelside steht, zack, das in Richtung Rad und dann kann nichts schief gehen. Jetzt kommt wieder ein Zahnstring und der Sicherungsring von der Schaltrastenseite. Und wie ihr seht, ist das Getriebe schon perfekt ausdistanziert. Das liegt daran, dass ich schon im Vorfeld getestet habe, welche Scheiben die richtigen sind. Worauf ihr achten müsst, das Spiel, was hier zwischen den Zahnrädern sich befindet, das Kippspiel, das soll laut Piaggio zwei Zehnte bis vier Zehnte betragen. Ich mache es immer ein wenig enger bei den Rennmotoren. Das ist keine offizielle Empfehlung, das ist einfach das, womit ich relativ gute Erfahrungen gesammelt habe. Und am besten testen könnt ihr das Spiel mit einer solchen Fühlerlehre. Und zwar steht hier drauf immer, wie dick der jeweilige Fühler ist oder der Blechstreifen. Hier sind das jetzt 0,1 Millimeter. Und dann versuche ich mal, ob ich das zwischen die Zahnräder hier stecken kann. Also man sieht, 0,1 Millimeter passen dazwischen und ich kann das noch relativ gut bewegen. Wie gesagt, ich habe bei meinen Motoren lieber ein enges Spiel. Das sehen andere Leute anders, weil sie Angst haben, dass sich unter Hitze das Getriebe ausdehnt und das Spiel zu gering wird. Das hat auch alles seine Berechtigung. Nur die Sache ist die, wenn man ein Getriebe frisch zusammenbaut, ist es immer enger, als es nach ungefähr fünf Kilometern ist. Also wenn man einen Motor zweimal an den Block fährt und wieder auseinanderbaut, hat ein Getriebe wesentlich mehr Spiel. Das liegt daran, dass man niemals, also meiner Meinung nach, niemals dafür sorgen kann, dass gar kein Schmutz, gar kein Staub, gar keine Partikel sich zwischen den Gangzahnrädern befinden. Also hätten wir das vorbereitet, kommen wir zum Motorblock. Ihr seht, bei dem Motorblock sind ein paar Lager schon eingebaut. Ich glaube, das wäre auch zu langweilig, wenn ich jetzt anfange, sechs Lager hier oder fünf Lager für euch einzubauen, weil im Prinzip funktioniert der Einbau der Kurbelwellenlager an jeder Stelle gleich. So, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen was sauber machen. Ah ja, jetzt kommen unsere Einziehwerkzeuge zum Einsatz. Du kannst ja kurz vielleicht, wie ich die Schrauben jetzt hier einsetze. Also das Werkzeug, was ich jetzt hier an der Hand habe, ist natürlich eigentlich für Originalmotoren gemacht und hier sind die Distanzen ein wenig größer, aber ich probiere jetzt trotzdem mal, ob ich das so verwenden kann und ob das so funktioniert. So, dazu mache ich jetzt erst mal das Motorgehäuse warm. Der Grund, warum man das Gehäuse warm macht, ist ganz einfach. Metall dehnt sich bei Wärme aus und auf die Weise wird das Loch, in die das Lager später reinkommt, wird größer. Ein Lagersitz hat immer ein wenig Untermaß, das heißt, er ist minimal kleiner, als das Kugellager selber und wenn ich das Alu erwärme, dann dehnt sich das aus und das Loch wird größer und ich kann das Lager sanfter montieren, als wenn ich es nicht erwärmen würde. Später, wenn das Gehäuse abgekühlt ist, dann sitzt das Lager dadurch wirklich sehr stramm und präzise in seiner Führung. Jetzt sieht man, dass es schön im Plan sitzt. Eine Besonderheit am BFA-Motorgehäuse ist, dass das Loslager in der großen Gehäusehälfte sitzt. Also das Lager mit den Rollen sitzt in der großen Gehäusehälfte, das Lager mit den Kugeln, das Festlager sitzt in der kleinen Gehäusehälfte. Das ist bei originalen Motoren umgekehrt. Darauf bitte sehr beim Zusammenbeachten. Wie man sieht, habe ich das Lager für die Antriebswelle und die Silent-Buchsen vorne und hinten bereits eingesetzt. Das ist hier wie bei jedem anderen Motor auch, deswegen muss das nicht nochmal extra gezeigt werden. Als nächstes kommt der Simmerring. Natürlich immer darauf achten, dass alles schön sauber ist. Eine Eigenheit des BFA-Motorgehäuses ist, dass die Widerlager für Bremszug und für den Kupplungszug geschraubt werden. Bitte darauf achten, zwei Gewinde vom Widerlager für den Bremszug gehen bis in das Motorgehäuse durch. Das muss besonders gut abgedichtet werden, entweder mit Schraubensicherung oder mit Schraubendichtung. Das nächste ist das Widerlager für den Kupplungszug. Auch das ist mit zwei Schrauben befestigt. Und sicherheitshalber sollte man natürlich auch hier einen Tropfen Schraubensicherung auf die Schrauben machen. Das Praktische daran ist, es gibt viele Motorgehäuse, bei denen das Gewinde der Widerlager nicht mehr intakt sind. Und das ist immer sehr schwer, das wieder instand zu setzen oder relativ aufwendig und es nervt fürchterlich. Hier bei dem Motorgehäuse ist es so, ich brauche nur zwei Schrauben abmachen, ein neues Widerlager bestellen und es montieren. Und jetzt kommt der Bremssommel wellendichtring. Das ging auch schon mal leichter. So, kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit. Beim BFA-Motor ist es so, dass erstens die Nocken für die Aufnahme der Bremsbeläge geschraubt sind. Das ist hier schon vormontiert und auch die Staubschutzscheibe wird hier mit normalen metrischen Schrauben verschraubt und nicht mit diesen kleinen Blechschrauben. Und jetzt keine Pause für suchen. Die Frage ist nur, wo verdammte Ex ist diese andere O-Ding? So, unter das Staubschutzblech, unter der Bremskrommel kommt, wie bei jedem normalen PX-Motor, kommen da auch vier O-Ringe hin. Ein großer um das Lager, dann diese doppelten O-Ringe, die kommen hier um die Nocken und hinten, wo die Welle durchkommt später, da kommt auch einer hin. So, dann Staubschutzblech drauf, an die vielleicht Minimalschraubensicherung, aber nur ganz klein. Schön aufliegen, damit später das Staubschutzblech nicht an der Bremse schleift. Das nervt wie sonst was. Der Ordner fest, okay, hätten wir an der Gehäusehälfte das meiste fertig und damit kommen wir zur kleinen Gehäusehälfte. Hier seht ihr zwei Besonderheiten des BFA-Gehäuses. Einmal ist eine Buchse in das Gehäuse eingesetzt, eine Stahlbuchse, in der die Nebenwelle aufgenommen wird. Die wird auch mit vier Schrauben verschraubt. Außerdem ist die Kickstarterwelle gelagert, also die läuft nicht wie sonst normal im Alu, sondern hier ist ein richtiges Nadellager, beziehungsweise zwei Nadellager drin. Die sind hier auch schon vormontiert, wie man sieht und abgedichtet wird der Kickstarter später durch einen richtigen Wellendichtring. Also, wieder das gleiche Spiel, wie auf der anderen Seite, erstmal schön warm machen. So, jetzt setze ich das Lager schnell mit per Hand an. Jetzt versuche ich mein Glück mit diesem Einzieherwerkzeug weiter. Auf diese Weise lässt sich das Lager sehr schön und sanft einziehen. Da sitzt das Lager schön bändig. Und als nächstes kommen wir zu den Wellendichtringen. Das sind ja hier von außen zwei. Einmal der für den Kickstarter. Zack, auch drin. Und der Simmerring für das lichtmaschinenseitige Lager. Immer putzen. Das ging so, easy. Zack. Gut. Hätten wir das auch soweit. Jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Es gibt noch einige Kleinigkeiten zum Tun am Gehäuse. Das sind aber nicht mehr viel. Zum Beispiel werde ich die Bremsmimik vervollständigen, bevor ich den Motor zusammenbaue. Oder auch hier die Stehbolzen reinmachen. Und andere Kleinigkeiten, die wir hier beim nächsten Mal erfrieren. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017